Okay, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metroid Fusion. Ich habe euch gesagt, dass ich das Projekt jetzt zu Ende machen will. Deswegen werde ich jetzt NONSTOP aufnehmen, bis ich die Scheiß-Spiel durch... Mhm... Hm... Hm... Ich suche jetzt einfach den ganzen Sektor mal ab. Ich kann mich jetzt nicht weiter im Spiel verlaufen. Hm... Was ist übrigens hier oben? Nix... Und... Nix... Nix... Hm... Ich tue durch den Sektor irren, aber ich finde keinen Ausweg. Nix... 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 Hahaha... Na toll... Dieser Raum war schon mal nix... Ne... Ach... Das ist so paketisch... War das Screw Attack oder Powerbombe? Screw Attack Achso Die Wand daneben war Powerbombe Nein Gefällt mir jetzt gerade nicht Hm, Misser Container Mhm Was für dunkle Geheimnisse werden jetzt hier gelüftet von BSL Ja, ich weiß Das Geräusch war jetzt nicht gut SAX oder ein altbekannter Freund Ein altbekannter Freund Zeug ich doch Ich Hasse dem Boss Ich hasse den Boss, ich hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn Ich hasse den Boss, ich hasse den Boss Er kann so hoch springen bis zur Dicke Scheiße Aua 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 Ich hab getroffen Fick dich Übrigens, dass Teils vom X infiziert wurden Ja Lutsch mir doch die Eier Ja Fick dich Ich hasse den Gegner Oh, das war erstmal gut Aua Meine Fresse, wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Oh Oh Jetzt ist das X dran Oh Es ist schon wieder ein Beam X Oder ein Beam Core Wet Beam 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 durchdringt Nun Wende Warning No Entry Without Authorization Warning No Entry Without Authorization Warning Naja Geil Deckel Od Germ Eine Was soll dieses L-G-U-G-L heißen? Was soll dieses L-G-U-G-L heißen? Ach, mehr nicht! Hä? Moment mal! Warnung! Keine Entreiung ohne Autorisierung! METOID METOID Alpha, Beta, Gamma und Zeta METOID 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 Das ist doch gar nicht Hm, ein E-Tank ist hier Was habe ich euch gesagt? Ach ja, wir haben jetzt die praktischen D-Fusionsmüsse Drei Tänel-Tanks, damit spiele ich das Spiel bestimmt durch Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Geheimnisskacke Genau ab diesem Punkt des Spiels habe ich nie Bock mehr auf Geheimnisskacke Und ich dachte, ich gebe so einen Sektor 1 Speicherraum? Ja Also Leute, wir sehen uns am nächsten Part wieder Also bis dann sage ich jetzt mal tschüss